Und es gibt keinen echten Tod für einen Mujahedin, denn wir haben unseren ewigen Segen erhalten. Wir sind also sozusagen schon tot. Und es ist eine Ehre für uns, für unser Land und Gott zu sterben. Also, mein Freund, was wir tun müssen, ist dem ein Ende zu setzen, diesem Mord an unseren Frauen und Kindern. Wenn dieser Mann befreit wird, damit er zurückkehren kann in die freie Welt, um zu erzählen, was hier passiert, das ist wichtig. Dann werden wir natürlich helfen. Gehen Sie jetzt, damit wir uns alle beraten können, um den besten Weg zu finden, diesen Mann zu befreien. Danke. Wir danken Ihnen. Hallo? Tonight's the night. Okay. Tuborg-Pilsener. Wer die Welt kennt, kennt Tuborg. Wenn Sie so richtig Leben in Ihr Essen bringen wollen, geht nichts über Raguletto-Pastasauce nach einem 50 Jahre alten, echt italienischen Familienrezept. Lasst euch sagen, wie toll ich mich jetzt fühl, solch ein Essen gab es wohl noch nie. Ich stimme zu und jubiliere. Echt schönes Mal an diesem Tag. Kocht sie so wie heut, kein Wunder ist, dass er sie mag. Ein großer Stoff für Sieg und ihn. Und auch Raguletto. Raguletto. Weck den Italiener in dir. Reden wir mal über Problemzonen in Schulen. Welche denn? Na, die Problemzonen in deinem Gesicht, wo immer wieder Pickel entstehen. Ich mach doch schon morgens und abends was dagegen. Es müsste was geben, was man immer dabei hat. Hier, der neue Clearstick von Klerasil. Praktisch. Ja, und der neue Anti-Pickel-Wirkstoff zieht so besser ein. Der Clearstick von Klerasil bekämpft die Pickel immer und überall. Ich glaube, es wirkt schon. Diese Hitze geht mir auf den Geist. Durst. Riesendurst. Hier, oher, ne Limo. Mama, guck mal. Ich brauch mehr. Mehr? Der soll mal... Punika trinken. Ja, genau. Ja, die Punika-Oase. Voller Frucht und mit natürlichen Vitaminen löscht Dittmeiers Punika den Riesendurst. Kommt in die Punika-Oase. Wir fliegen schon. Und hier verschwindet Riesendurst. Mit Punika? Ganz zauberhaft. Oh. Ja, die Punika-Oase. Mehr Frucht, weniger Durst. Jetzt ein völlig neuartiges Geschirrspülmittel. Feri Ultra. Denn die halbe Menge reicht. Schon so wenig. Hat so viel Fettlösekraft. Dabei ist Feri Ultra pH-neutral und weniger umweltbelastend durch weniger Rohstoffe. Feri Ultra. Bessere Fettentfernung mit halber Menge. Hauchzarte Mechschokolade. Köstlich-cremiges Langnese-Eis. Und im Kern ein Traum aus feiner Luftschokolade. Sky ist der Schokoladen-Erlebnis von Langnese. Der luftige Traum von Sky wird dich verführen. Sky. Jetzt neu. Sky Kokos von Langnese. The Spirit of Power. Carrera. Nichts entgeht Aqua. Aquafilm, Aquabilder lassen jede Erinnerung wieder lebendig werden. In high-de-finnischen Color. Nichts entgeht Aqua. FloraSoft ist natürlich rein pflanzlich. Du schmeckst das Leben draußen im Freien. Und hast das schöne Gefühl, dich gut zu ernähren. FloraSoft hat gesunde Vitamine. So wertvoll für dein Wohlbefinden. Mit jedem Tag blühst du ein bisschen auf. FloraSoft. Mit jedem Tag ein bisschen aufblühen. Knackiger Spaß im Glas von Behrensinn, ja Behrensinn. Freundin, komm, erheb das Glas. Knackiger Spaß im Glas von Behrensinn, ja Behrensinn. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie werden bald entscheiden. Ich muss heute Nacht da rein. Wie ist dein Name? Sami, sir. Dieser Kleine ist ein tapferer Junge. Seine Eltern wurden getötet letztes Jahr. Sein Bruder starb in der Festung, wo der Amerikaner ist. Er sieht aus wie ein Junge, aber er kämpft wie ein Mann. Wie ist dein Name? Rambo. Und wo kommst du her? Arizona. Arizona? Wie viele Tagesmärsche? Ungefähr zwei Jahre. Zwei Jahre? Bist du Soldat? Nicht mehr. Ich bin Soldat. Ja. Bist du hier, um zu kämpfen? Nein. Hast du Angst?